... ... ... ... ... Rappante, Rappante. Frappierlist war, hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass ich auch ein gnadeter Puppenspieler bin. Siehe zu und lerne. So, genug jetzt aber davon. Hier ist dir nun wirklich viel Spaß mit dem Morgen. Tschüss. Applaus Applaus Hat eine Neue. Wo ist die Babel? Hakebabe! Hakebabe! Gemauble, Neil! Oh, Moment. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Esch, esch. Moment. A, 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 B, Casablo. Ich wünsche mir Jebabel. Hier, hier, hier. Aber noch mal. A, A, B, Casablo. Ich wünsche mir Jebabel. Da wucht. Oh! Wie dickeまで ich kann nicht liegen. S Wildlifeern. Till dann sind sie gleich. Lass mich nicht mehr so gut, wenn ich nicht mehr so gut bin. Das weiß ich ja nicht. Nochmal. Apel? Keine Apel? Ich bin nicht mehr gebabelt. Körle! 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 Sag mal. Was jetzt? Du, wenn ich lebe sie ja nicht. Was seid denn hier für Föder? Wunderschön, wie du mit Jonowitz? Ich hab ihn keiner meinen Namen. Nein! Was ist du für ein Mützenklon? Nein, 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 nein. Wir lieben nicht mit den Körle auf den Hells-Jetorche. Was Fasen ist? Was? So, pass mal auf mein Freund. Ja, ich war im Neujand drin, ich stand auf meiner Scholle und hab mir einen, äh... Ich hab's mir gemütlich gemacht, oder? Ich hab's mir gemütlich gemacht, oder? Und doch hat mir bitte keinen Arsch der Hosen gerandet, oder was? Wä? So, ich will jetzt sofort zurück auf mein Eisherrk. War ein zu, ein zu. Ja, Moment. 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 Guck mal ein Zeichen her, die Scheiß, musst du irgendwie nehmen? Ne, Mann, ne! Aber, Kadara, Kruzio! Ah, aus! Ja, sorry, ist mir so rausgerutscht. So, jetzt aber richtig. 1, 2, Frau Wolleck will zurück auf meine Scholle. Die Schaubecherben? Meine Wurde, die Schaubecherben. Blöden Keile. Tschüsse. Auf einem Eisberg. Na also, hit doch. Also, weg die Scheiße. Kalle, ich will ein Kind von dir! Ich auch! Jetzt hab ich schon. Tschüsse damit. Mann, ey. Ähm. Was ist denn Schüsse damit? Ähm. Na gut, bleibt jetzt halt dran, ne und? Ja. Oh, Scheiße. Ja. Oh, Herr Kalle, was haben Sie denn da? Ja, ich hab mir einen Zauberstab eingetreten. Kommt vor. Haha! Löde! Puh! Puh! Huuu! 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 Vielen Dank.